Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Opendoors-Podcast. Ich ging ans Telefon und meine Mutter sagte, hey, wir können deinen Vater nicht finden. Wir wissen nicht, wo er ist. Wir suchen gerade überall nach ihm. Die Überwachungskamera zeigt drei schwarze Geländewagen auf einer Straße. Sie kreisen ein silbernes Auto ein und zwingen es zum Anhalten. Acht vermummte Männer springen aus den SUVs, zerren eine Person aus dem Auto, laden sie in einen der SUVs und fahren weiter. Das alles in weniger als einer Minute, mitten am helllichten Tag. Es könnte eine Szene aus einem Actionfilm sein. Im Februar 2017 wird Pastor Raymond Koh aus Malaysia nicht weit von seinem Zuhause entführt. Ich hatte eine Menge verpasster Anrufe, weil ich mein Handy nicht bei mir hatte. Als ich die Anrufe sah, rief ich schnell zurück und fand heraus, dass mein Mann wichtige Meetings verpasst hatte. Das ist noch nie passiert. Er ist pünktlich und verlässlich. Deswegen stieg Panik in mir hoch. Auf Anraten eines befreundeten Anwalts meldete Susanna Koh ihren Mann sofort als vermisst. Doch die Polizei verhielt sich nicht so, wie Susanna es erwartet hätte. An diesem Abend verhörten sie mich fünf Stunden lang. Und in den folgenden Tagen verhörten sie mich weiter. Durch die Kraft des Heiligen Geistes war ich in der Lage, ihnen zu sagen, dass es ihr Job ist, meinen Mann zu suchen, und sie nicht ihre Zeit damit verschwenden sollen, mich zu verhören. Also nahm Raymond Kohs Familie die Sache selbst in die Hand. Nachdem ich mit meiner Mutter sprach, rief ich meine Schwester an. Sie fuhr durch die ganze Stadt und suchte fieberhaft nach seinem Auto. Ich sagte ihr, sie solle auf Facebook schreiben, dass wir ihn suchen. Und dann wollen wir planen, wie wir weitermachen wollen. Er würde ja erst mal nicht wiederkommen. Wir wollten zur Polizei gehen. Es war schwer zu der Zeit, nicht zu Hause zu sein. Ich hatte das Gefühl, ich könnte nichts tun. Nur beten und warten und davon zu erzählen. Wir gingen von Haus zu Haus und fragten die Bewohner, ob sie eine Überwachungskamera haben, damit wir die Aufnahmen überprüfen könnten. Gott sei Dank gab es ein Haus mit zwei Kameras. Es gab also eine Aufnahme von der Entführung. Das war die Aufnahme, die im Internet schnell weit verbreitet wurde. Die Polizei hat bis heute keine greifbaren Fortschritte in den Ermittlungen gemacht. Es wird vermutet, dass die Behörden wenig Interesse daran haben, die Wahrheit daraus zu finden. Im Gegenteil. Es wurden bereits Vermutungen aufgestellt, dass staatliche Sicherheitsbehörden an der Entführung beteiligt waren. Malaysia hat zwar den Ruf, das beste Vorbild für ein liberales, islamisches Land zu sein. Trotzdem gibt es einen beunruhigenden Trend. Zum Beispiel bemüht sich die Regierung in einem Bundesstaat darum, das Scharia-Strafrecht einzuführen. Die malaysische Kommission für Menschenrechte empfahl, eine Sonderermittlungseinheit auf den Fall Raymond Co. anzusetzen. Der malaysische Innenminister stellte einen Monat später eine solche Einheit auf. Leider wurde dabei die Empfehlung der Menschenrechtskommission ignoriert. Es sollten keine Polizisten in der Einheit sein, die direkt an der Sache beteiligt waren. Von den sechs Mitgliedern waren schließlich drei Polizisten. Wir haben das Gefühl, dass es keine unabhängige, unparteiische und glaubwürdige Ermittlung geben wird. Um noch Salz in die Wunde zu streuen, gab es keine erneute Untersuchung von Raymonds Fall. Weil es noch ein anderes, offenes Gerichtsverfahren gab. Jemand hatte versucht, Geld von meinem Sohn zu erpressen. Er wollte Informationen, aber wurde im März 2017 vom Generalinspektor freigesprochen. Er war nicht wirklich darin verwickelt. Aber sie nutzten diesen Fall, um die öffentlichen Ermittlungen einzustellen. Die Anwälte gaben an, dass das Thema nichts mit der Untersuchung zu tun hat, also das Gerichtsverfahren meines Sohnes. Die Ermittlungen wurden dann also fortgesetzt, aber gerade nutzten sie wieder diesen Gerichtsfall, um die Untersuchung um Raymonds zu unterbrechen. Das heißt, wir werden nicht herausfinden können, was wirklich mit Raymonds passiert ist. Vor kurzem wurde Susanna von 20 Mitgliedern der Sonderermittlungseinheit zu Hause besucht. Wenige Tage später wurden sie und ihr Sohn zu einer Befragung ins Präsidium eingeladen. Für Susanna fühlte es sich wie ein schikanierendes Verhör an, alles andere als eine professionelle Untersuchung, um ihren Mann Raymonds zu finden. Bitte unterstützt uns weiter. Setzt euch für die Wahrheit und Gerechtigkeit ein. Natürlich glaube ich, dass hier vertuscht werden soll, wer schuldig ist. Wir müssen den Grund des Ganzen finden. Darum möchten wir euch ermutigen, in den sozialen Medien davon zu schreiben, den Regierungen und Botschaften, damit Pastor Raymond Co. freigelassen wird. Ich habe Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Gleichzeitig muss ich mein Herz darauf vorbereiten, dass er ermordet worden sein kann. Von Leuten, die das Gesetz in ihre eigenen Hände nehmen. Und wenn er nicht mehr lebt, glaube ich, dass er bei Gott ist. Er wird immer mein Held sein. Ich fühle mich stärker als damals. Zuerst fühlte ich mich allein. Aber jetzt spüre ich, wie meine Mitmenschen mir Kraft geben. Liebe und Mut hätte ich nicht von mir aus aufbringen können. Das kommt von jedem, der für uns betet. Ich habe einen Abend vor seiner Entführung einen Anruf von meinem Vater verpasst. Ich konnte ihn nicht annehmen, weil ich lange arbeiten musste. Ich konnte mich nicht wirklich verabschieden. Ich konnte nicht wirklich sagen, wie sehr ich ihn vermisse. Seit zweieinhalb Jahren ist Pastor Raymond Co. nun spurlos verschwunden. Bitte beten Sie weiter für die ganze Familie Co. um Ermutigung und Weisheit. Beten Sie auch für Pastor Co. und dafür, dass die Ermittlungen Aufklärung über den Verbleib von Pastor Co. bringen. Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können. Amen. 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 Amen.